»Rodrigo, mein Freund, was gibt's? Ich finde nicht, dass du es redlich mit mir meinst, Iago. Und warum das Gegenteil? Jeden Tag fertigst du mich mit einer anderen Ausrede ab, Iago, und hältst mich viel mehr, wie es mir vorkommt, von aller guten Gelegenheit fern, als dass du meiner Hoffnung den geringsten Vorteil verschaffst. Ich ertrage das wahrhaftig nicht länger, und du sollst mich nicht mehr dazu bringen, ruhig einzustecken, was ich bisher wie ein Tor mir habe gefallen lassen.« »Wollt ihr mich anhören, Rodrigo?« »Auf Ehre, ich habe schon zu viel gehört, denn euer Versprechen und Tun halten nicht gleichen Schritt miteinander, Iago.« »Ihr beschuldigt mich höchst ungerecht, Rodrigo.« »Ist lauter Wahrheit. Ich habe nur mein ganzes Vermögen zugesetzt. Die Juwelen, die ihr von mir empfingt, um sie des Dämoner einzuhändigen, die Hälfte hätte eine Nonne verführt.« »Ihr sagtet mir, sie habe sie angenommen und gab mir Hoffnung und Aussicht auf baldige Gunst und Erwiderung, aber dabei bleibt's.« »Gut. Gut. Weiter. Rede weiter, Rodrigo.« »Recht gut. Weiter. Ja. Ich kann nicht weiter, Freund. Und hier ist nichts recht gut.« »Bei dieser Hand, ich sage es, es ist spitzbübisch. Und ich fange an zu merken, dass man mich foppt.« »Recht gut. Ich sage es dir, es ist nicht recht gut. Ich will mich des Dämoner selbst entdecken.« »Gibt sie mir meine Juwelen wieder zurück, so lasse ich ab von meiner Bewerbung und bereue mein unerlaubtes Zumuten. Wo nicht seid gewiss, dass ich Genugtuung von euch fordern werde.« »Habt ihr jetzt gesprochen?« »Ja. Und ich habe nichts gesprochen, als was ich ernstlich zu tun gesonnen bin.« »Schön. Nun sehe ich doch, dass du Haare auf den Zähnen hast, mein Lieber. Und seit diesen Momente fasse ich eine bessere Meinung von dir als je zuvor.« »Gib mir die Hand, Rodrigo. Du hast sehr begründete Einwendungen gegen mich vorgebracht. Und dennoch, schwöre ich dir, bin ich in deiner Sache sehr gerade zu Werke gegangen.« »Das hat sich wenig gezeigt, Diago.« »Ich gebe zu, dass sich's nicht gezeigt hat, ja. Und dein Argwohn ist nicht ohne Verstand und Scharfsinn.« »Uber, Rodrigo, wenn das wirklich in dir steckt, was ich dir jetzt mehr zutraue als je, ich meine Willenskraft, Mut und Herz, so zeig es diese Nacht. Wenn du in der nächsten Nacht nicht zu des Dämonas Besitz gelangst, so schaff mich hinterlistig aus der Welt und stelle meinem Leben Fallstricke.« »Gut. Was ist's? Liegt's im Gebiet der Vernunft und der Möglichkeit?« »Freund, es ist ein ausdrücklicher Befehl von Venedig, dass Cassio an Othellos Stelle treten soll.« »Ist das wahr?« »Nun, so gehen Othello und das Dämoner nach Venedig zurück.« »Nein, er geht ins Moorenland und nimmt die Schöne des Dämoner mit sich, wenn nicht sein Aufenthalt hier durch einen Zufall verlängert wird.« »Und darin kann nicht so entscheidend sein, als wenn Cassio beiseite geschafft wird.« »Wie meinst du das, Diago?« »Ihen beiseite schaffen, denn Cassio, nun, ihn für Othellos Amt untauglich machen, ihm das Gehirn ausschlagen.« »Und das, meinst du, Diago, soll ich tun?« »Ja, das meine ich, wenn du das Herz hast, dir Vorteil und Recht zu verschaffen, Rodrigo.« »Er ist heute zum Abendessen bei einer Dirne, und dort will ich ihn treffen. Noch weiß er nichts von seiner ehrenvollen Beförderung. Wenn du nun auf sein Weggehen lauern willst, und ich werde es einrichten, dass dies zwischen zwölf und eins geschehe, so kannst du nach deiner Bequemlichkeit über ihn herfallen. Ich will in der Nähe sein, um deinen Angriff zu unterstützen, und er soll zwischen uns beiden fallen.« »Komm, Rodrigo, steh nicht so verwundert, sondern folge mir. Ich will dich so von der Notwendigkeit seines Todes überzeugen, dass du es für Pflicht halten sollst, ihn aus der Welt zu schaffen. Es ist hohe Zeit zum Abendessen, und die Nacht geht hin, frisch dran. Ich muss noch mehr Gründe hören, Diago. Das sollst du zu Genüge, Rodrigo, aber komm mit.